Ähm, das sieht nicht gut aus. Äh, der Doktor ist weg. Äh, ich suche nach Überlebenden. Das ist doch Doktor Earnhardt. Wo sind sie? Wo sind meine Freunde? Äh, ich konnte die Krieger nicht aufhalten. Es tut mir leid. Sie brachten ihre Freunde zum Tempel. Ähm, er hat noch gestöhnt, obwohl er schon tot war. Ich steh nicht. Ich muss sofort zum Tempel. Auf zum Tempel. Das blöde, blöde Reichert. Haben unsere Freunde entführt. Riley, wir müssen los, jetzt! Ladebildschirm. 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 Schwere Entscheidungen. Triff Citra. Wieso haben sie die entführt? Ich finde es immer schön, dass das Tor aufgeht, wenn wir kommen. Wo sind denn alle verflucht? Hans Schöndunkel. Hilfe. Citra, was hast du mit meinen Freunden gemacht? Wie schön, dass du siegreich zurückkehrst. Hey! Wo bringen sie ihn hin? Alter. Ich helfe dir. Was soll das? Böse Citra, aus. Sieh dich an. Groß, stark, mächtig. Warum wieder das sein, was du einst warst? Wieso fesselt sie uns? Bist du perfekt. Das ist meine Schuld. Ich ließ dich lieben, mit dieser Last. Der Pfad reinigte dich, doch die Läuterung ist nicht vollendet. Das ist falsch. Tu das nicht. Ich liebe dich, Jason. Aber du lässt mich dir nicht all meine Liebe geben. Ich weiß, wie schwer es sein muss. Es verletzt mich, deinen Schmerz zu sehen. Citra. Ich will dir nur helfen. Dich dafür lieben, wer du bist. Den Mann anbeten, der du geworden bist. Es wird alles bald vorbei sein. Ich bringe dich auf das Podium. Und dort wirst du von deiner Vergangenheit befreien. Und dann gehöre ich dir. Auch ein bisschen durchgedreht. Citra. Was kommt denn jetzt? Folge dem Pfad des Kriegers. Irgendwas. Ähm. Nur die Stärksten überleben. Mit den Rakia bist du machtvoll. So wie die, die vor dir kamen. Waffen töten Menschen. Sie bringen sie nicht wieder zurück. Lisa? Ein großer Krieger. Was hast du sicher in den Rücken geschossen? Ähm. Mächtiger Krieger. Du bekommst das letzte Tatao. Sie fallen alle vor dir auf die Knie. Und du bist bis an die Zähne bewaffnet und voller merkwürdiger Tattoos. Du klugst du es auf jeden Fall wegen all diesen Tattoos auf deinem Arm. Ich nehme es in ihr Kissen. Aaaaaah. 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 Ich bin dein. Wie wir alle. Diese Insel gehört... Du lebst in einer Fantasiewelt. Ich werde das alles außer dir... Vollende den Pfad. Sonst wird all dein Fortschritt, dein Tatao, alles was du auf dieser Insel getan hast, verschwinden. Du bist bereit, Krieger. Hier ist deine Klingel. Aaaaaah. Nein, Jason, bitte, 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 Jason, nein, nein, bitte. Sie drei anschließend die Freunde retten. YouTube-Technikst kann ich eigentlich nur das eine machen, aber moralisch auch nur. Weil das rechte ist sehr brutal. Aber wir retten natürlich unsere Freunde. Wir sind ja kein Monster. Jason, warum musst du gehen? Du wirst kein Krieger mehr sein, kein Held. Deine Freunde werden gehen. Kinder bekommen und langweilige Leben leben. Bleib hier. Der Dschungel wird immer für dich da sein. Und du wirst immer König sein. Sind sie tot, musst du nie wieder fort von hier. Die Gewalt ist vorbei. Ich bin fertig. Kein Blut mehr. Jason, sieh mich an. Bleib bei mir. Du brauchst keinen von denen. Du bist auch alleine mächtig. Jason, ich liebe dich. Jason! Was ist los mit dir? Sitra hat mich erlöst. Uns alle erlöst. Und du willst ihre Liebe nicht... Ja! Ich liebe dich. Verlass mich nicht. Verzeih mir. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Sitra! Sitra, bitte! Verlass mich nicht, bitte! Sitra ist unerleidigend. Sitra, bitte! Verlass mich noch nicht! Ich würde mal sagen, das war Farquay 3. Ich weiß nicht, ob ihr Musik hört, weil... Ich ja sehr skeptisch bei YouTube bin und immer mit Musik. Hätte ich die höchstwahrscheinlich sicher sicher schon mal vorher rausschneiden. Ja! Okay, ich habe gedacht, dass ich jetzt mehr Folgen kriege. Eine, zwei, drei, vier Stück habe ich jetzt. Ich kann nicht mehr zurück. Ich bin ein Monster. Ich spüre die Wut in mir. Aber irgendwo in mir drin bin ich mehr als das. So, das darf ich jetzt noch gehört haben, das habe ich reingemacht. Farquay 3 in memory of Jen Junkmark, 1973 bis 2012. Oh, das ist schon ziemlich jung noch. Aber wir haben es geschafft. Farquay 3, ja! Vier Folgen noch, lasst mich kurz überlegen. 49 sind es dann. Das geht. Nochmal zwei Stunden draufrechnen. 13, 14 Stunden. Guter Durchschnitt. Toni Kronik. Ich habe gedacht, da steht Kronik. Aber ich habe... Der Grund, warum ich es eigentlich Let's Played habe, war einfach nur... Auf Vorfreude auf Farquay 4. Um einfach... Zu zeigen, was das für ein geiles Spiel war. Farquay 3 war schon echt geil. Dann bin ich mal auf Farquay 4 gespannt. Was wahrscheinlich oft von der Playstation 4 kommen wird. Höchstwahrscheinlich. Außer, wenn ich die PC-System-Empfehlung lese und mein Rechner ist ausreichend. Ein Jubieschafts-Spiel bin ich mir immer so unsicher mit jetzt. Bei Watch Dogs läuft trotzdem, obwohl das eigentlich ein guter PC ist, läuft bei mir nicht. Es ist kein Hardcore-PC, es ist ein normaler Gamer-PC, mit dem man auch Videos bearbeiten kann. Nicht Hardcore, aber... Ich sehe es da ja dann. Aber es ist einfach nur ein geiles Spiel. Hin und wieder mal ein bisschen nervig an Gegner-Massen. Aber, naja. Zumindest haben wir die Story abgeschlossen. Wir haben alle Funktürme gemacht. Wir haben alle Außenposten gemacht. Wir haben alle seltenen Tiere gejagt. Ja, was will man mehr? Wir haben alle Upgrades. Also Upgrades von der Ausrüstung her. Tataos haben wir nicht alle, weil ich noch ein paar Nebenmissionen machen müsste. Ja, die Musik, die jetzt hier läuft, die mache ich ganz leise im Hintergrund. Die läuft schon ganz leise. Weil, es ist so merkwürdig bei YouTube. Ich sage das ja nicht immer an Quedits. Diese Musik, ich weiß nicht immer, wer die Rechte dran hat. Vor allem, ob der dann auch die Rechte dran hat. Und das alles, deswegen, ich will keinen großen Stress mit Einspruch einnehmen. Und allem, deswegen, einfach raus machen. Wenn ihr die komplette Spiel mit musikalischer Unterstützung hören wollt, kauft es euch selbst. Zockt es durch. Gibt es mittlerweile für... Ne, ich habe 10 Euro für bezahlt. Ich glaube 20 Euro ist der reguläre Preis noch. Auf Steam. Ich weiß es nicht. Aber mir hat sehr viel Spaß gemacht, das Spiel. Auch wenn die Zuschauerzahlen mal. Geschwankt haben von 0 bis 10 am Tag. Das ist ganz merkwürdig bei dem Projekt. Aber, was soll's. Wenn ich ein Projekt anfange. Und auf das ich auch Lust habe. Auch wenn die Zuschauerzahlen nicht stimmen. Ihr sollte aufhören zu misspeln. Zieh es durch. Battlefield Bad Company 2 ist so eine andere Sache. Das habe ich mit 2 vorhin angefangen. Aber da habe ich keine Motivation weiterzumachen. Von mir aus her. Ja, vom Spiel. Das ist der Grund. Sind das viele Namen? Leckt mich am Arsch. Deswegen dauert das noch, bis das weitergeht. Vielleicht stelle ich aber die Folgen einfach auf privat. Solange dann... Schauen wir mal. Team Massive Entertainment. Play Massive? Fragezeichen? Nein. Bestimmt nicht. Aber ich bin froh, dass ich endlich zum Aufnehmen kam. Wir haben heute Donnerstag den 28. Mittlerweile schon den 29. Auf jeden Fall wollte ich den Montag den 25. Eigentlich schon Farquay aufnehmen. Aber nein. Da meinte ich der gewisse Herr Kronk. Ach, ich könnte hier aber das erste Mal Livestream um halb zehn. Den habe ich gedacht, ach, der macht nur ein, zwei Stunden. Danach kann ich aufnehmen. Pustekuru hat er sechs und ein halb Stunden gestreamt. Da habe ich Quimtales 6 komplett mir angeguckt im Livestream. Nächsten Tag habe ich The Last of Us Left Behind aufgenommen. Da ist ja mir mein Mikroflöten gegangen. Mein, äh, Per-Mischpult. Ist es genau das gleiche Mikrofon, nur das T-Bone SC450. Das hatte ich auch am Mischpult angeschlossen. Nur halt die Phantomspeisungsvariante. Und vorher hatte ich halt das T-Bone SC450 USB. Aber da ich gerne meine Töne selber regeln wollte, habe ich mir noch ein Mischpult und das andere geholt. Aber alles gebraucht bei Ebay. Vielleicht kein Wunder, warum es kaputt gegangen ist eventuell. Ja, dann hatte ich da das Problem. Dann habe ich da bis fünf Uhr morgens dann gesessen mit Aufnehmen und gleichzeitig Problembehebung. Ist auch schön. Denkst du dir um halb elf abends, ach, das Spiel dauert ja nur zwei Stunden und bist du um halb eins fertig. Ja, dann war es fünf Uhr. Dann habe ich gestern FIFA aufgenommen, drei Folgen. Also den Mittwoch. Und dann habe ich einen Kumpel vorbei. Ja. Und heute ist es the last of us. Far Cry 3 fertig aufgenommen. Morgen wird, vielleicht nehme ich gleich noch, dann wahrscheinlich wird es schon jetzt gewesen sein auf dem Kanal The First Light, äh, in Famous The First Light. Die ersten 30 Minuten gänne ich schon in deinem Bronk. Ich habe es runtergeladen, aber ich kam nicht zum Spielen bisher, mit Aufnehmerei. Aus diversen Gründen, die ich gerade erläutert habe. Ja. Und dann geht es morgen wahrscheinlich, wenn ich Zeit finde, mit Fallout New Vegas los. Und bei Fallout New Vegas kann ich euch schon mal so sagen, da wird es auch sein mit Sessions aufnehmen. Ich weiß nicht, ob das euch was sagt, der Name. Ich glaube jetzt einfach mal was anderes. Ähm, Flash Game Quiz? Flash Game Quiz, ja. Oder die Lache. Ähm, hat Fallout 3 gemacht und hat Fallout New Vegas dann gemacht. Und an dem Let's Play werde ich mich orientieren, in dem Sinn, mit Folgen hochladen, mit Länge und sowas. Ich werde nicht genau die gleichen Abläufe machen, außer die Stats, die werde ich gleich setzen am Anfang. Das werden wir dann morgen sehen, höchstwahrscheinlich. Aber an dem Let's Play werde ich mich orientieren. Leider hat der jetzt vor allem Mii. Ja, jetzt müsste es genau ein Jahr her sein. Knapp aufgehört mit YouTube erstmal. Damals, weil er keine Zeit und keine Lust mehr hatte. Und seitdem hat er leider nichts mehr hochgelangen. Weil sein Fallout 3 und Fallout New Vegas war so klasse, es war so supi. Ich hab das nochmal gefeiert, wo ich dann aus der Schule, nee, von der Ausbildung kam. Nicht Schule, Ausbildung nach Hause kam. Erstmal schön Fallout 3 oder Fallout New Vegas. Je nachdem, nachdem er Fallout 3 komplett abgeschlossen hatte. Wortwörtlich komplett. Äh, immer schön Fallout gucken. Das war so schön. Und da der nette Turbinator jetzt auch mit Fallout New Vegas angefangen hat, hab ich so richtig Bock wieder auf das Spiel bekommen. Ich würde auch mit, höchstwahrscheinlich ein, zwei Mods spielen. Einen hab ich schon installiert. Ich hab schon das Spiel einmal durchgespielt, selber privat, völlig schon, aber Fallout kann man immer wieder spielen. Auf der Xbox 360 hab ich's komplett durchgespielt und einmal auf dem PC. Ja. Werden wir dann sehen. Und das wird dann immer so 20 Minuten knapp werden und nicht mehr da einfach durchgehend aufnehmen. Keine Sorge, das spiel ich mit Maus und Tastatur dann. Aber es kann auch sein, dass ich vielleicht zweitägig nun mache. Auf jeden Fall, ab Anfang November wird's auf jeden Fall höchstwahrscheinlich zweitägig ausfallen, weil vorhin die Meldung kam, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ja, Ubisoft passt ja jetzt in der Spiel, Assassin's Creed Unity, je näher wir am Ende des Spiels gekommen sind, desto mehr haben wir festgestellt, dass wir zwei Wochen länger brauchen. Oder das Spiel einfach mal zwei Wochen nach hinten verschaubern, auf den 13. November, Assassin's Creed Unity und was haben sie mit Assassin's Creed Roach gemacht? Natürlich auch zwei Tage da hinten verschoben, dass beides am 13. November kommt. Das passt mir so ungünstig, weil ich beide Spiele machen will und von beiden Spielen eigentlich am ersten Tag so knapp zehn Folgen raushauen wollte, wenn alles nochmal läuft. Ja, ich übertreibe. Das kann ich mir jetzt in die Hose schmieren. Kann ich mir schminken. Ja. Ich nutze die Credits immer zum Labern. Aber auf eine andere Weise. Wer ist der Seto? Egal. Achso, Assassin's Creed Unity. Da sehen wir wieder mal, was rauskommt. Far Cry 4 wird ja dann auch kommen. Eine Woche später, alter, The Crew werde ich nicht machen, aber trotzdem. Das kommt auch. Mitte November ist echt ganz schön heftig mit Spielen. So geknallt. Anfang November kommt Call of Duty Advanced Warfare. Meistens freue ich mich. Ach stimmt, Anfang Oktober kommt ja auch ein Let's Play Projekt. Oh Gott. Oh, ein Let's Test. Das Spiel vergesse ich die ganze Zeit, weil es über ein Jahr vorbestellt ist und heizelang verschoben worden ist. Ich rede von Drive Club für die Leute, die es interessiert, wenn da überhaupt noch jemand zuhört. Wenn jemand bis hierhin zugehört hat, schreibt mal einfach, was nehmen wir denn mal? Okay, die Musik entferne ich. Was schreibt dann in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin mehr zugehört habt? Schreibt wirklich Assassin's Creed in die Kommentare oder Unity, Rogue, irgendwas, was mit Assassin's Creed zu tun hat. Ezio, da seid ihr ganz frei. Irgendwas mit der Assassin's Creed Serie zu verbinden hat. Mouse Power GmbH hat die deutsche Version übersetzt. Das Hörspielstudio GmbH. Also, wenn ihr bis hierhin gehört habt, irgendwas von Assassin's Creed in die Kommentare texten, würde mich sehr freuen. Weil die Musik fehlt, die ich jetzt beschlossen habe, komplett rauszumachen bei den Quedets. Ich lasse die immer durchlaufen. Ich werde es bei 20 Minuten knapp einen Cup machen, gut. Das war für mich selber. Jetzt habe ich die ganzen Sachen. Aua. Mein Kanal wird ab 25. September sehr viel FIFA haben. Wenn ich überlege, dass ich mit dem reinen FIFA-Kanal angefangen habe, die ersten beiden, beziehungsweise ich habe fünf Folgen hochgeladen und dann habe ich schon wieder meinen Call of Duty und dann habe ich erst FIFA weitergemacht. Wenn ich so betrachte. Aber trotzdem, ich bin immer noch einfach baff. Ich hätte nicht gedacht, Abonnenten hatte ich gehofft, so viele, aber die Aufrufzahlen, die allgemein, die so hoch sind. Insgesamt gesehen. Wenn man meine Gesamt-Bios anguckt. Ich hätte nicht gerechnet nach ein, ich meine, ja, nach zehn Monaten, dass ich ein Video mit über 20.000 Aufrufen habe. Beziehungsweise, ich habe ja mehrere über tausend sogar. Damit hätte ich nie gerechnet. Das ist ja unfassbar. South Park allgemein ist abgegangen. Ich fand, das kann ich auch noch so erzählen, da habe ich mir ein, wo habe ich den Screenshot hingemacht? Ich habe mir gerade einen Screenshot gemacht. Ich habe ja das Let's Play von Gronk auch geguckt, von South Park, der starb der Wahrheit. Und das Geilste war, mein Video war als empfohlenes Video neben Gronk. Das Video. Das habe ich so gefeiert. Da wusste ich, gut, das ist geil. Einfach, du hast ein geiles Video beziehungsweise ein gutes Let's Play gemacht. Die Leute gucken es. Da war ich sehr happy drüber. Weil das ist eine Ehre, wenn YouTube dich daneben schiebt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich knapp 100 Abonnenten. Ne, nicht mal 100. Wo ich mit South Park angefangen hatte, ich noch nicht mal 100 Abonnenten. Voll der Flash Black gerade. Ja, weil die Credits immer so lang sind. Bei Ubisoft Spielen. Siehe Assassin's Creed 4, Black Flag oder Assassin's Creed 3. Schade, ich würde jetzt gerne ein Schnuck trinken, aber ich habe nichts da. Am Schreibtisch. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich das innerhalb von anderthalb Stunden durch habe, jetzt das Spiel. Deutsch, niederländisch. Ich weiß, hätte ich mit Maus und Tastatur gespielt, hätte ich besser Scharfschütze spielen können. Aber es ging mir um die Tastenbedingungen, ich war wahnsinnig geworden. Ich bin halt Controllersüchtig. Gott sei Dank hat es ja mittlerweile funktioniert, dass der Xbox One Controller funktioniert am PC. Dann war es keine Probleme mehr. Meine Nase juckt schon wieder. Ich gehe gerade so nebenbei mit meinem Handy ins Internet. Einfach nur so was zu gucken, so was Druckung. Wisst ihr, was ich am meisten hasse? Bild Plus? Weil ich bei Bild gern die Sportartikel lese. Ja. Hauert halt mich. Es soll keine Werbung mehr so sein. Weil heute ist ja ich bin ja Bayern-Fan, wie man eigentlich wissen sollte. Und dann ging ja heute Xabi Alonso wechselt wahrscheinlich nach München, wenn Real sein OK gibt. Und jetzt gibt es einen Bild Plus Artikel mit Alonso in München. Darum wollte ich in Bayern lieber als Khedira. Weil ich darf es leider nicht lesen. Weil als Hauptschlagzeile haben wir gerade Putins geheime Invasion. NATO meldet 1000 russische Soldaten auf ukrainischen Gebiet. Ja. Ne, das spare ich mir sonst werde ich gehatet. Weil ich habe auch einen Kommentar zur Ice Bucket Challenge. Ich siehs. Ich habe auch so ein paar Ne, ich sag nichts dazu. Ich sag nichts dazu. Ich könnte nochmal ruhig enden, die Credits. Ich weiß, dass nach den Credits noch was kommt. Glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere. Nein, ich bleibe bei euch. Auch übrigens, ich bin meinen alten PC losgeworden, falls euch das interessiert. Meinen guten alten Multimedia PC wie es hieß. Dem Medium war es. Bin ich bei Ebay losgeworden. Weil ich ihn sowieso nicht mehr benutzt habe. Meine ganzen Daten habe ich rübergezogen. Also. Egal. Hab ich ihn verkauft. Und meinen neuen Speedman, meinen neuen Rechner liebe ich so sehr. Obwohl ich einen halben Tag davor sitze und einfach nur am Lüfter rumspiele. Ist so eine Angewohnheit von mir, wenn ich irgendeine Kleinigkeiten habe. Ich will ihn immer optimal einstellen. Damit er nicht zu warm läuft. Damit er nicht zu viel Lüfter hat. Jetzt eben beim Spielen habe ich ihn hochgedreht. Weil bei Spielen wird er halt ein bisschen lauter. Ist ja klar. Ich habe nur einen normalen CPU-Lüfter drin. Aber, ne, jett. Ich weiß auch nicht, warum ich das euch immer erzähle. Alles. Fragt nicht. Oh Gott, das hasse ich. Kennt ihr das, wenn ihr, ich weiß nicht, ich weiß nicht, leicht erkältet seid oder eine Allergie habt und sich vom Hals, das Kribbeln so langsam hoch, hoch aus, man sich so langsam vom Hals aus hocharbeitet und sich im Mund ausbreitet und auf einmal schlagartig im Mund, das Kribbeln extrem stark wird und man zusammenzuckt, weil man mit der Zunge dran kommt. Was hatte ich gerade? Wenn sie nicht gestorben sind, laufen die heute jetzt noch morgen. Ich hätte ja gesagt, ich spiele sie schneller ab, aber dann passt das nicht mehr. Dann rede ich dann irgendwann in ein Schwarzbild. Aber jetzt sind wir noch bei den ganzen Ubisoft Studios. Ich bin jetzt nur am überlegen, ob ich noch im Famous First Light aufnehme heute oder ob ich es mir aufhebe für ein paar Tage und mache es noch ein bisschen später. Am besten, ich nehme es auf, damit ich mich nicht zu sehr spoilere. Ja, ich denke gerade laut darüber nach. Ihr seht es ja, wenn es schon auf dem Kanal ist, es ist es da. Wenn nicht, kommt es noch. Ach, ich weiß noch. Wisst ihr, was ich am verwirrendsten... Das ist ja gar nicht schlecht. Mich verwirrt immer bei Ubisoft nur bei Assassin's Creed oder allgemein bei Spielen Warum bringen sie so viele verschiedene Versionen raus? Collectors Edition mit allem möglichen Kram. Bei dem ist das dabei, bei dem ist das dabei, wo du dann 7, 8 zur Auswahl hast. Das verwirrt dich einen im Fall nur total. Dann hat Amazon Amazon oder Amazon nenne ich es ja seinen eigenen Exklusiv-Ding. GameStop hat sein Exklusiv-Ding. Vielleicht hat es der Thor noch sein Exklusiv-Ding. Da wirst du wahnsinnig. So furchtbar. Keine Ahnung, wie sie das immer machen. Und ich würde mich freuen, wenn die Credits endlich mal durchlaufen würden. Äh, endlich abgelaufen wären. Alter. Das ist ja eine Qual. Die längsten Credits, die ich bisher erlebt habe, aber bei GTA 5. Ich glaube, in dreiviertel Stunde, also 45 Minuten, glaube, dauern die bei GTA 5. Alter. Du denkst, du bist im falschen Film. GTA 5 kommt übrigens noch als Let's Play. Die Frage ist nur, wann es kommt auf Playstation 4, Xbox One und PC. Ich muss mich noch entscheiden zwischen PC und Xbox One wollte ich schon sagen. PS4. Ich tendiere aber zur PC-Version. Man hört ja nichts mehr dazu seit der E3. Doch, auf der Gamescom hat man ein ganz kleines bisschen bei der Xbox-Pressekonferenz gehört. Nur, dass sie gesagt haben, dass man halt, was Sony auch schon gesagt hatte, bei der E3, man kann die Spielstände mitnehmen. Egal, von wo man kommt, von Place 3 oder Xbox 360. Da waren die Kommentare so klasse überall. Bei Twitch und bei Twitter der, wer war es denn? Der Chef von Microsoft oder der Xbox. Ich weiß nicht mehr, wer es war, weil er PS3 gesagt hat. Da haben die Leute gesagt, oh mein Gott, er hat PS3 gesagt. Er hat das Wort in den Mund genommen. Da habe ich mir auch gedacht, was stimmt denn mit euch nicht? Sind wir jetzt langsam durch, weil wir beim Publisher angekommen sind. Alter! Hilfe! Darf ich ja wieder eine halbe Stunde über hochladen? Oder knapp eine Stunde wie bei Assassin's Creed 3? Die Quellets waren ja auch ewig lang. Ich hoffe, man versteht mich immer. Ich lebe mich immer so ein bisschen neben dem Mikrofon. Ich habe jetzt auch mitge... Man kann ja bei YouTube alle möglichen Statistiken angucken. Ja, das weiß ich. Das mache ich vom ersten Tag an. Schön, aber während des Housepark-Netzplays hatte ich... Ich glaube... schon über 10% weiblichen Anteil von Zuschauern. Denn jetzt wären vor The Last of Us waren es nur 2 oder 3% weiblichen Zuschauern. Jetzt sind es Gott sei Dank wieder 6 oder 7. Ich will nicht wissen, was bei Gronk steht. Das ist so ein Spielzeug-Analytics. Vor allem die durchschnittliche Wiedergabe-Zeit. Rein theoretisch sollte man Let's Plays in 4 Minuten Parts hochladen. Das dauert in Let's Play über 300 Folgen, aber die durchschnittliche Abspielzeit wird eingehalten. Die Leute gucken dir das Video an. Nur du wirst ihn als Geldgeilbe schimpft, weil du 4 Minuten-Videos hochlädst. Ja, morgen kommt das zum Beispiel als nächstes Jahr Oh, morgen kommt das neue Assassin's Creed raus. Wir sind bei Assassin's Creed Unity bei Folge 365 mittlerweile und wir haben erst die Hälfte Spiels geschafft. Das wäre sehr merkwürdig. Keine Sorge, sowas mache ich nicht. Minimum bei mir sind 10 Minuten Parts. Um maximal eigentlich 40 Minuten. Außer bei uns um Credits geht's dann halt lang. So lang wie nötig. Habe ich eigentlich schon mal über eine Stunde hochgeladen vor irgendeinem Video? Ich glaube nicht. Ich habe jetzt nur gesehen, Mr. Morgan hat über eine Stunde The Last of Us bemastered hochgeladen. Alter. Was hat er gesagt? Eine 6 GB Datei war es. Wir haben ungefähr den gleichen Upload, habe ich gesehen gehabt. Alter, da lädst du 10 Stunden das Video hoch. Da bist du bekloppt. Ich überlege, dass ich damals 6 Stunden ein Video alleine hochgeladen habe, eine normale FIFA-Folge. Wo ich angefangen habe, weil wir da noch eine 6000er Leitung mit 500 Mbit Upload hatten. Mittlerweile das ist bei der Telekom finde ich ganz cool. Auch wenn sie da dauerhafte Ausfülle haben vom IP-Telefon. Sie haben mittlerweile Oh, wir sind am Ende. Angefangen die Upload-Rate zu erhöhen. Maximal 2400 irgendwas. Und ich habe meine 2000 Upload. Ja. Das ist nämlich sehr schön. Da dauert eigentlich ungefähr ein Part zum Hochladen immer eine Stunde von jedem Projekt. Ungefähr. Rechnet immer plus 20 Minuten. Plus minus 20 Minuten. Wieso 2010? Das Spiel kam noch 2011 raus. Egal. Die Credits sind durch. Ja. Ich hoffe, ich habe euch nicht totgelabert. Ähm. Hallo Jason. Zur Insel zurück können und die Erkundung fortsetzen. Was für ein Trip. Wir dürfen da leider nicht mehr rein. Boah, ich habe gesagt, da steht jemand. So. Das war's also. Jetzt kann ich endlich aufhören zu labern. Aber wie gesagt, Telekom hat zum Glück die Upload-Rate erhöht. Das fand ich sehr gut. Nur als Schlusswort. Aber das ganze Schlusswort zu sagen, Far Cry 3, wer es nicht gespielt hat, holt es euch das Spiel. Es ist eine Erfahrung für's Leben einfach. Eine Erfahrung für's Leben hört sich an. Es ist auf jeden Fall ein geiles Spiel und es macht ordentlich Spaß. Und es hat einen ordentlichen Suchtfaktor. Wenn man einmal drin ist, kann man nicht mehr aufhören. Wenn man das erste Mal selber das Spiel durchspielt. Du suchtest dich nämlich fest. War zumindest bei mir so. Und mit dem Suchtfaktor beende ich dieses Video. Das war also Far Cry 3 als Let's Play. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Wir hören uns dann als nächstes höchstwahrscheinlich zu 90% bei Fallout New Vegas wieder. Tschüss, hat rein, euer Heinzelmann. Ciao.